Meine Damen und Herren, ich bin sehr, sehr froh, sehr stolz, dass ich Ihnen heute zeigen kann, was wir mit dem Kandinebier in dem letzten Jahr gemeinsam erarbeitet haben. Mit viel Herzblut und wirklich viel Energie gehen wir das ganze Projekt an mit dem neuen CI, mit den neuen Showroom und wir sind uns ganz sicher, dass wir auch die zukünftigen Herausforderungen mit der ganzen Mannschaft, mit unheimlich fleißigen, motivierten Mitarbeitern schaffen werden. Wir wollen ihn sehen, die neuen FBs. Nicht nur jetzt mit den Augen gucken, was da zu sehen ist, sondern wir wollen natürlich auch ein paar technische Details erfahren. Die Katze, wie ich das immer sage, das ist wirklich ein tolles, tolles Fahrzeug geworden und somit eigentlich das passende Auto für 2020. Dennebier hier am Kudamm hat neu eröffnet, sozusagen, wieder nach Umbauten und so. Sehr exklusiv Jaguar Land Rover und ich freue mich darüber natürlich, weil ich ja auch hierher komme zur Inspektion. Also ich kann hier wirklich sagen, ich stehe komplett hinter der Investition zu den Marken, die wirklich besonders sind, die vor allem vom Design her ganz speziell sind. Dieses Entrepreneur, dieses Unternehmertum ist bei ihm sehr stark verankert und deswegen war es für uns auch ein schnelles Zusammenkommen. Das war es dann, wie ich das nicht überrascht. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Vielen Dank.